Im Neumond in Wider dürfen wir unserer Ziele bewusst werden. Was ist wichtig? Was möchte ich erschaffen? Möchten wir Licht erschaffen oder wenn wir nicht achtsam sind, erschaffen wir Konflikte und Kampf. So mögen wir uns bewusst sein, in jedem Moment, welche Seite wir leben wollen. Gehen wir den Weg des Lichtes und der Liebe oder erschaffen wir die negativen Aspekte dazu. Der Wider möchte uns ins Leben bringen. Mars, Merkur, unsere Ideen, Kommunikation bringt Mars schnell ins Leben hinein. Wir dürfen darauf achten, dass wir nicht zu schnell tun und sprechen. Es dürften sich noch angespannte Gefühle zeigen, so würden wir uns erschöpfen. Wir würden aus unserer Mitte heraustreten. Smarana, schön, dass du da bist. So mögen wir uns üben, in uns zu hören. Was möchte nach oben steigen, wenn wir uns unseren inneren Schatten stellen? Diese nicht mehr wegdrücken, jeden Schmerz, jede Transformation, Konflikte und Äger. Wir dürfen in uns Altes transformieren, damit der Frühling neu in uns sich entfachen kann. Erzengel Raphael wird in der Meditation unseren Herzenskristall strahlen lassen, um uns mit unserem höheren Selbst zu verbinden. Bleibe bis zum Ende dabei, so wird deine Verbindung vom Herzen zum höheren Selbst in dir eingebettet und verankert. Wer mich noch nicht kennt, Ich bin Marianne Selina, ein Medium der Smarana Gruppe. Ich begleite dich gerne mit meiner Medialität in Coachings, Heilsitzungen und spiritueller Weiterbildung auf deinem Weg in die neue Zeit. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Die Energie von Pluto befreit uns von allem, was nicht zu uns gehört. Pluto dient uns, unsere innere Freude zu entfachen. Alles, was uns eng macht, wird aufgelöst. Saturn gibt uns unsere innere Stärke dazu. Im Ins-Leben-Gehen heißt es auch einmal, etwas zu wagen. Nicht in alten Sicherheiten und Strukturen sich festklammern. Erkenne in deinem Spiegel, wenn dich dein Gegenüber triggert. Was will er mir sagen? Ist der andere mein Feind oder spiegelt er mir meinen Unfrieden? Die Planeten können dich unterstützen, Verborgenes, Unterdrücktes aus dir hervorzuholen. Ein Prozess, welcher noch etwas anhält. Alles, was jetzt geschieht, führ dich in dein wahres Selbst hinein. Alles, was sich dir noch chaotisch zeigt, Hier gilt es, Ruhe zu bewahren, genau hinzuschauen. Wenn du hier Hilfe und Klarheit brauchst, melde dich gerne bei mir. In einer Heilsitzung zeigt sich vieles, was ich auflösen darf. Wenn du dich mehr mit den Energien deiner Sterne und der monatlichen Mondreise beschäftigen möchtest, und mehr erfahren möchtest, kannst du dich in der monatlichen Gruppe anmelden. Ich poste auch hier in der Community auf YouTube die täglichen Tagesenergien kostenlos und du findest hier die passenden Videos zur täglichen Mondenergie, welche zu dir passen, du in jedem Moment dir anhören kannst. Hier ist es egal, ob der Mond sich in voll oder neuem Mond befindet, du findest deine eigene momentane Mondphase, welche dann für dich richtig und gut ist. Ebenso kannst du in meinen Livestreams oder Webinaren der sieben Schritte zum Erwachen mit Jesus deinen neuen Weg gehen. Hier führt uns Jesus ins Neue hinein. Oder du kannst in meinen Webinaren Engel-Medium vieles erlernen, um mit den neuen Energien zu arbeiten. Übrigens fließen jetzt ganz neue Energien zu uns, welche wir hier eingebettet bekommen. In meinen monatlichen Livestreams beschäftigen wir uns mit der Energie der neuen Zeit. Hier erlernen wir, wie wir diese im Alltag nutzen. Auch gibt es in den Livestreams neue Aktivierungsenergien. Ich stelle dir die Links unter dem Video ein. Im Neumond in Wider geht es um das Gesetz der Zyklen. Dem Ein- und Ausatmen, Geben und Nehmen. Unsere Themen sind, die Lebensaufgabe zu erkennen, Wahrheit, Fokus und Konzentration. Wir verbinden unser Herz mit unserem höheren Selbst. Ihr Lieben, So vieles durften wir auf unseren Mondreisen bereits in Heilung bringen. So mögen wir uns nun auf der weiteren Reise in den heiligen Feldern der Nähe Gottes nochmals genau ansehen, was gehört zu mir, welche Ziele habe ich mir in meinem Leben gesetzt und wie kann ich diese zu meinem Wohle umsetzen. Wir lassen uns in der heutigen Meditation mit Erzengel Raphael nochmals tief in unser Herz hineinfallen. Er wird unseren Herzenskristall strahlen lassen, um uns mit unserem höheren Selbst zu verbinden. Bleibe bis zum Ende dabei, so wird deine Verbindung vom Herzen zum Hören selbst in dir eingebettet und verankert. So bereite dich nun vor für die Meditation. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinaus strahlt. Ganz weit um dich herum. Mit deinem Atem kommst du mehr und mehr in deiner Mitte an. Je ruhiger du wirst in deinem inneren Mitte, desto weiter dehnt sich deine Sonne aus. Nimm wahr, wie der Friede in dir entsteht, wie du ruhiger wirst. Nimm über deine Fußchakren die Verbindung zum Untererde wahr. Lasse deine goldenen Wurzeln ganz tief im Schoß der Mutter ankommen und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen. Im Schoße der Mutter Baden und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht der Mutter Erde zu dir nach oben in dein Herz hineinfließt und ein weiterer Lichtstrom nun über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt. Zum Ursprung allen Seins Bade im Schoß deiner göttlichen Eltern Fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und herzen. Nimm die Energieausdehnung wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt. Dein Herzensfeuer in dir lodern lässt, und die Dreieinheit in dir entfacht. Nimm dieses innere Feuer wahr, das in dieser Jetztzeit stärker und stärker sich entfacht. Lasse nun diesen Lichtstrahl aus deinem Herzen in dein Sonnengeflecht in dein Sonnengeflecht hineinfließen. Spüre, wie ein goldener Lichtstrom deine Chakren reinigt und kleert. Lasse dich ganz in deinen Herzensraum hinein sinken und nimm ganz bewusst deine Energie wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Eins wird, nimm deinen Seelenraum wahr, die Energien, die Farbe, all deine Fähigkeiten, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Sie laden dich ein mit ihnen zu der Reise in die heilenden Felder von Smarana. So rufe ich für dich Erzengel Raphael. Nimm seine Energie wahr. Seine Liebe sein Licht Spüre, wie sein Licht deinen Herzensraum berührt. Fühle, wie es ganz hell wird und du dem Licht folgend tiefer in dich hinein sinkst. Kannst tief in deinem Herzen in deinem Herzen. Nimm die Farbe wahr, die entsteht. Es ist deine Farbe, dein inneres Zuhause. Komme mit deinem weichen Atem ganz dort in deinem Herzen an. Bade in diesem deinem persönlichen Heillicht. Es befreit dich von allem, was dich schwer macht, was niemals zu dir gehörte, was dich in deinen Grenzen hält. Lasse es geschehen. Fühle die befreiende Energie des Lichtbades. So fühlst du, wie du tiefer durch die Farbe in deinen inneren Raum gezogen wirst. Du erkennst deine Herzensblume, welche sich zu deinem inneren Kristall deinen Diamanten manifestiert. Erzengel Raphael sagt dir, dass dieser dein Diamant alles enthält, was du in Wirklichkeit bist. Und er hat die Eigenschaft, die Schärfe, wenn er sich dreht, alle karmischen Verstrickungen aufzulösen, zu schleifen. Manche Prozesse schleifen deinen Stein, bis er zu deinem leuchtenden, strahlenden Kristall sich dir zeigt. Lasse es geschehen. Fühle, wer all deine aufsteigenden Themen abschleift. schau schau deine Themen an und gib sie deinem Kristall, um alles zu wandeln in Licht und Liebe. Verweile einige Momente und lasse geschehen. So fühlst du, wie dein Kristall immer grösser, immer leuchtender wird. fühle die Verbindung, die mit deinem höheren Selbst entsteht. So bist du verbunden. Atme von deinem Herzen zu deinem dritten Auge und fühle über deinem Kronenchakra dein höheres Selbst. Dort, wo deine Schöpferkraft zu Hause ist. Wo alles enthalten ist, in deinem Kristall verankert. Lasse dich nun ein auf dein allerschönstes Leben. Nimm die Bilder wahr. Nimm wahr und siehe, wie dein inneres Kind hüpft und lacht und tanzt. Wisse, es hat vieles mit deiner Schöpferkraft gemeinsam. Die Schöpferkraft braucht unser inneres Kind. So wird es erschaffen und ins Leben gebracht. Dein weiblicher Teil hat die Idee, dein Kind bringt es zum Schwingen und dein männlicher Teil bringt es ins Leben hinein. Sieh, dein allerschönstes Leben in Gesundheit, Wohlstand und Fülle. Ein aktives Tun ins Leben hinein, stets in Freude schöpfend. Hund Mache diese Meditation immer wieder, besonders wenn die Schwere in dir aufsteigt. so wird vieles für dich in Heilung gehen. Spüre nun, wie tiefe Liebe, Leichtigkeit und Freiheit dich erfüllen. Lasse das Gefühl zu und behalte es in deinem Herzen. Herz und Verstand sind nun eins, in Liebe schöpfend. So wird es nun Zeit wieder zurück zu queren. Die Energie löst sich auf. Atme tief und vollständig ein und aus. Sei wieder ganz im Hier und jetzt bedanke dich bei deinen Seelenengeln, bei Erzengel Raphael und bei deiner Seele. Freue dich, dass dies nun alles bei dir ist. So spreche ich Erzengel Raphael nochmals zu dir. Geliebtes Menschenkind, lasse dich in dein Herz hineinfallen, wenn du dich kraftlos und energielos fühlst. Wenn die Schwere in dir nach oben steigt, dein Kristall, dein Licht der Liebe wird alles in Heilung bringen, was dich belastet. Sehr schön waren sie die Energien. Nutze diese Reise immer wieder, um den Ausgleich deiner Energien zu erhalten. Atme nun tiefer ein und aus und kehre wieder ins Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Übrigens habe ich das Webinar Lichtschule der Venus Heilung auf Syrius erstellt, in welchem du die Einweihung in deinen Kristall erhältst und Anleitungen erlernst, wie du mit deinem Kristall heilen kannst. Wenn du dich gerne mit den heilenden Energien der Erzengel beschäftigen möchtest, komme mit mir in meine Webinare der Ausbildung zum Engel Medium. Du wirst hochenergetische Werkzeuge erhalten, deine Kanäle werden eröffnet, du erhältst die Aktivierungen und vieles mehr. Übrigens die neuesten Energien, die auf die Erde gebracht werden, sind in den Webinaren enthalten. Auch erhältst du in den Engel Heil Sitzungen die neuen Energien. Übrigens findest du alle Links unter dem Video zu den Webinaren und den Mond reisen. Die Reinigung deiner Energiekörper ist ganz wichtig am Abend bevor du schlafen gehst. Beschreib uns die geistige Welt, reinige dich und kehre dich in deiner Urenergie ein. So können wir an dir arbeiten während du schläfst. Wir tun dies gerne, wenn du uns rufst, sind wir im selben Augenblick bei dir. Reinige dich auch am Morgen und am Mittag, damit du dich stets in deinen lichten Energien aufhalten kannst. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir meine Meditationen gefallen, freue ich mich auf deinen Like und dein Feedback. viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht, melde dich gerne, wenn du meine Hilfe möchtest. Smarana auf.